wenn du dann hast du auch gebrochene champignons probierst du doch einmal im bockteig interessiert dich das dann schaut mal ein video an ich zeig dir wie das geht für unsere champignons im bockteig brauchen wir schöne putzte champignons Milch und Eindutter, ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker und das Eiweiß für den bockteig verrühren wir einmal Eier, Milch, dann geben wir ein bisschen Zucker dazu für den Geschmucken und das schön bräunen dann ein bisschen Salz und jetzt geben wir eine Mehl rein und drehen das alles zu einem schönen glatten dicken bockteig und den lassen wir jetzt 5 Minuten anziehen für unseren bockteig habe ich jetzt einen schönen cremigen Eischnitt geschlagen der muss nicht zu fest sein und den ziehen wir jetzt da ganz einfach ganz viel drunter die Fetten habe ich schon in der Pfanne raus gemacht und jetzt können wir dann schon unsere champignons durchziehen ich habe da so herzige kleine bockteig ich habe da so herzige kleine champignons die wenden wir einmal mit mir dann geben wir es in unseren bockteig rein und da ziehen wir es schön durch und jetzt kommen sie nacheinander ins heiße Fett und da werden wir es rund um den Schnee knusprig gut braun raus buchen dann muss der Pfanne ein bisschen mehr Stoff geben ein bisschen zu wenig heiß dann wird es stark zurück dreht schaut ihr da schwimmen können dass es nicht unten allein sonst verbrennen sie gleich und da drin buchen wir es jetzt schön aus zu meinen bockeren champignons gibt es eine soße da ich verlinke dir wie man die einfach und schnell selber machen kann ich freue mich schon drauf riechen unheimlich gut und ich finde dass es sogar ein bisschen weniger Bunchere sind wie normale bockene champignons ich freue mich dass ihr dabei warst auf meinem Kanal Gabis Kochbuch vielleicht lasst du ein Like da vielleicht sogar ein Abo schau in die Playlist da gibt es noch viele andere leckere Schwammerlgerichte ja ich lasse mich jetzt schmicken dir sage ich Baba und liebe Grüße aus Österreich der Gabi bis zum nächsten Mal